Du bist das Königskind. Und als Königskind hast du ein Privileg. Du kannst an den Tisch des Königs sitzen. Hammer. Und über das wollen wir reden. Und das ist das A und das O, der Anfang und das Ende. Das ist das Wichtigste. Und alles dazwischen entspringt deine Beziehung mit dem König. Halleluja. Ich freue mich riesig, über das zu reden. Und es läuft im Rahmen von Mentoring 2.0. Ich möchte euch ein Lehrkonzept vorstellen, wie wir Menschen lernen können. Wie wir sie in die Erfahrung bringen können, selber eine qualitativ extrem starke Zeit mit dem König zu haben. Und zwar jeden Tag. Halleluja. Und das wollen wir jetzt einmal anschauen. Ich habe mir jetzt vorgenommen, weil viele Feedback sagen, ich sage immer schnell, schnell, schnell. Also gibt es nur eins. Bremse ziehen. Und ich werde jetzt anstatt ein Predigt, drei Predigte darüber machen. Ich hoffe, es wird euch nicht langweilig. Und let's go. Sind wir ready? Halleluja. Es hat einen schrecklichen Moment gegeben im Leben der Jünger von Jesus. Es hat mehrere schreckliche Momente gegeben. Tust du mal mit deinem Nachbarn aus, welches du den schrecklichsten Moment bist? Ja, ich bin sicher, es wurden jetzt viele, viele Geschichten genannt. Von der Kreuzigung, gar da gibt es noch mehr. Der Petrus, der zurechtgewiesen worden ist. Hinter mich, Satan, hat Jesus zu ihm gesagt. Ah, so schlimme Sachen haben sie erlebt. Aber eine Geschichte finde ich wirklich krass. Also ich finde alle krass. Aber eine, die man manchmal ein bisschen überseht. Es war nämlich am Vorabend, es war am Passamal, wo Jesus ihnen eröffnet hat nach drei Jahren. Leute, ich verlasse euch. Ich werde nicht mehr länger bei euch sein. Und wie schlimm ist das, wenn du kannst mit dem Sohn Gottes unterwegs sein, wenn du kannst an seiner Brust liegen, wenn du kannst von seiner Weisheit gehören, wenn er dir sogar über die Haare streichelt und mit dir durchs Land zieht und du siehst, wie er eine Krankheit heilt und Dämonen austreibt, wie er der Pharisäer immer eine gute Antwort hat. Er war die Weisheit in Person, die Liebe in Person. Und er kündet an, Leute, ich gehe. Ist das nicht hart? Aber er hat ihnen auch, indem er ihnen grosse, grosse Verheissungen, und sagt ihnen, ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe. Wo ist er dann noch nicht gegangen? Zurück zum Vater. Jesus hat nur eine Mission gehabt. Gott ist Mensch geworden, Sohn Gottes geworden, um uns das Königreich zu bringen. Aber in seinem Herz hat immer den Vater gebrannt. Und so lieb, dass er uns hat, so gern, dass er mit uns zusammen war, Jesus ist am liebsten wieder zurückgegangen zum Vater. Und es heisst, dass ich hingehe, denn wenn ich nicht hingehe, kommt der Beistand nicht zu euch. So kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Ja, und die meisten von euch wissen natürlich, wer ist mit dem Beistand gemeint? Der Heilige Geist. Er wird auch Anwalt, Tröster, Beistand genannt. Auf Griechisch? Parakletos. Ja, er hat viele, viele Namen. Und er hat eine Aufgabe, er macht nämlich genau das gleiche Werk, das Jesus mit den Jüngern gemacht hat. Das Wort, das dort heisst, was heisst im Griechischen, ein anderer. Das ist nicht ein anderer Becher, ein anderes Glas, ein zweites, ein drittes, ein viertes Glas, welches ein bisschen ähnlich aussieht, sondern das ist gemeint, tupf genau, gleich gibt es nur einmal. Ein anderes Glas wäre dasselbe Glas. Amen. Das heisst, Heilige Geist und Jesus sind eins. Das ist das Gleiche. Das steht am Anfang von dieser Erkenntnis, dass du keine bessere Zeit hast in deinem Leben, als wenn du Zeit mit deinem König verbringst. Weil Jesus und der Heilige Geist sind eins. Und der Heilige Geist lebt in dir. Lass uns zum Römer 8, 13, respektiv 14, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, sind Söhne und auch Töchter, es sind wir nicht alle Söhne, liebe Brüte. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater, liebe Papi, liebe Vati, wie jetzt du auch innen nennst, liebe Dad, der Geist selbst gibt uns Zeugnis, zusammen mit unserem Geist, könnt ihr euch erinnern, Geist zu Geist, Neuschöpfung in uns gezeugt worden, der Geist gibt mit unserem Geist zusammen Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. Du bist ein Kind Gottes und das hast du am Heiligen Geist verdankt, das in dir das Zeugnis gibt. Das Kostbarste, was ein Königskind haben kann, ist direkten Zugang zum König. Ich weiss nicht, ob du Kinder hast, oder planst du mal Kinder zu haben, oder den Wunsch der Kinder hast, oder schon Kinder gehabt hast. Aber logischerweise, logischerweise, ist es doch auch dein Wunsch, dass dein Kind eines Tages auf eigenem Bein steht, oder? Vielleicht sogar einmal einen Job hat, oder irgendetwas macht, und sein eigenes Geld verdienen, und seinen eigenen Lebensunterhalt finanzieren kann. Das schaffen wir hin, und das macht viel Spass, und meistens sind sie dann erfolgreicher als wir. Und so ist es doch auch ein Geistlicher. Unser grösster Wunsch für unsere Kinder war vor Anfang an, dass sie Beziehung zum Vater haben. Weil unser Auftrag als Eltern, und jetzt bitte krass zwei Personen am Stage, wenn ich dich krass darf, bitte Sandra, und allenfalls gerade Milena, ähm, du wärst jetzt, oh schön, ja, ist lieb. Also, du bist der Jesus, gell? Und du wärst jetzt mein Kind, oder dein Kind, einfach ein Kind, aber er ist jetzt mein Kind, für einen kleinen Moment, und wenn du mir anvertretet wärst, würde ich deine Hand nehmen, und ich würde die ganze Zeit darauf einschaffen, dass ich Jesus, deine Hand, in die Hand lege. That's it. Das ist alles. Und nachher sind wir schon zu zweit. Danke vielmals. Und das passiert, indem ein Jünger anfängt, persönliche Zeit mit dem König zu nähen, sich zu nähen. Und offen gesagt, man muss es lernen. Man muss es wirklich lernen. Ich, äh, gehe immer wieder draus. Darum habe ich auch vor Jahren eigentlich die Predigt sozusagen für mich selber empfangen. Wenn, wo, wie lange drüben ist der König. AJ. Ist an mich gerichtet. Und nachher, ja, wenn ich draus gehe, bin, eine gewisse Zeit, ein paar Tage, im schlimmsten Fall sogar ein bisschen länger, wie steige ich wieder ein? Dass ich wieder in den Adlerflug reinkomme, dass ich wieder kann segeln mit der Thermik vom Heiligen Geist. Und das ist etwas, was wir uns selber lernen wollen und wir wollen auch fähig sein, andere Menschen zu lernen, persönliche Zeit mit Gott zu haben. Bist du ready? Halleluja. Halleluja. Für mich ist die persönliche Zeit mit Gott das absolut Wichtigste, es ist ein Treffen mit dem König, wo ich ihm begegne. Er füllt mich auf mit seiner Liebe. Er begegnet mir. Und das Grösste ist, er gibt mir Informationen. Er erklärt mir den Tag. Er zeigt mir Gefahren auf und Chancen. Er gibt mir immer ein paar Schritte voraus, Informationen, die ich brauche für meinen Alltag, um ihm nachzufolgen. Und ganz am Ende der Botschaft, wenn ich noch Zeit habe, möchte ich das Zeugnis erzählen. Und ich bin sicher, ich kann mich damit identifizieren, weil es heisst im Wort Gottes, Gott tut nichts ohne, dass er seine Propheten vorher nicht informiert. Amen. Das heisst seine Knechte, die Propheten sind. Und wer ist denn ein Knecht Gottes? Der ist gleichzeitig ein Freund Gottes und ein Freund tut, was der Herr sagt. Und darum sagt uns Jesus auch, was wir zu tun haben und gibt uns Informationen und lasst uns nicht im Dunkeln. Prophezeigen, Prophetien, Wissen, wenn man manchmal stummt, wieso weiss jetzt der das, wieso, was, wieso und warum. Leute, das ist alles ganz normal. Jesus hat nur so gelebt. Er war so verbunden mit dem Vater, dass er aber wirklich gar nichts konnte überraschen. Und trotzdem war er mit dem ganzen Herzen dabei und hat sich eben doch immer wieder überraschen lassen, weil er eben auch ganz Mensch war. Es gibt eine Bibelstelle, eine von meinen Lieblingsbibelstellen, es ist in Jesaja 50, wo wir ein Bild bekommen über die Beziehung von Jesus zum Vater. Jesaja 50, Vers 4, es ist im Kontext vom Messias geschrieben, das heisst, der, der hier spricht, ist ein Platzhalter, ist ein, Platzhalter ist falsch gesagt, ist an der Stelle vom Messias. Gott, der Herr, sagt Jesus, hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich den Müden mit einem Wort zu erquicken wisse. Er weckt morgen für morgen, ja er weckt mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Jesus mit zwölf im Tempel. Niemand hat ihm etwas beibringen. Er hat gesagt, ich muss dort sein, wo mein Vater ist. Das war völlig klar, weil er ist volljährig gewesen, wäre in die Lehre und so weiter. Logisch geht er in den Tempel. Aber es war nicht nur das, es geht viel tiefer. Jesus ist als kleiner Bub schon vom Vater persönlich im Reich Gottes unterrichtet worden. Stellt euch den kleinen Jesus vor, drei, vier, fünf, wir wissen, dass die kleinen Menschen Beziehung zu Gott haben. Wir wissen, dass sie kommunizieren mit dem Vater im Himmel. Wir wissen, dass sie Sachen sehen und erleben, die wirklich gewaltig sind. Stell dir vor, der kleine Jesus, drei, vier, fünf, auf seinem Mettchen liegen. Morgen für Morgen hat ihn der Vater geweckt und hat mit ihm über das Reich Gottes gesprochen. Und so ist er geschult worden, so ist er vorbereitet worden von seinem Vater auf ein Leben, das du am Ende des Tages dein Leben zu verdanken hast. Morgen für Morgen ist er geweckt worden und hat gelernt, wie er den Jünger hört, damit er zur rechten Zeit das richtige Wort haben. Und er hat die Angewohnheit überhaupt nicht verloren. Zum Beispiel Markus 1, 35 heisst 34 und er heilte viele, die an mancherlei Krankheiten litten und trieb viele Dämonen aus und liess die Dämonen nicht reden, denn sie kannten ihn. Und am Morgen, als es noch sehr dunkel war, stand er auf, ging hinaus an einen einsamen Ort und betete dort. Halleluja! Jesus ist mein grosser Vorbild. Er ist unterrichtet vom Vater im Himmel. Nicht über die Welt nur, sondern auch über das Königreich. Er hat gewusst was abläuft. Und der Vater hat ihn in seiner Liebe immer und jeden Tag zu sich gezogen. Und er hat dient, er krank geholt, er hat das Evangelium verkündet, das Reich Gottes demonstriert, er Dämonen austrieben, aber er hat es nie verpasst, nie hat es verpasst. Seine persönliche Zeit mit dem König zu haben, ist das nicht der Hammer, Leute? Amen. Geben wir ein Zeichen, wenn ihr das auch gut findet? Ja, Amen. Das ist unser Vorbild Jesus. Und wenn wir sein wie der Meister, müssen wir leben wie der Meister. Und Jesus seine Kraft kam ganz alleine durch den Vater. Er hat immer gesagt, Leute, ich kann nichts tun ausser dem Vater, macht es mir vor und dann kann ich es nachmachen. Alle Frauen und alle Männer Gottes, die mich bewundern und die viele bewegt haben. Ich lese gerade wieder eine Biografie von John Wesley, die nicht kennen. Ungläubliche Geschichte, das ist eine Ungläubliche Geschichte. John Wesley war der Mann, der sozusagen die Glorious Revolution ausgelöst hat in England anstelle der französischen Revolution, die sehr blutig losgegangen ist. Ist der wirklich loszutreten? In der Zeit, als John Wesley auf die Welt kam, sagt die einen Biografen, jede vierte Familie hat selber die Schind gebrannt und verkauft. Die wenigsten Kinder wurden über fünf Jahre alt. Ich glaube, von den 19 Kindern, die Susanne und Samuel hatten, ich weiss nicht, wie er heisst, Susanne und Samuel Wesley hatten, von denen 19 haben etwa acht überlebt. Absolut krasse Zeiten. Aber John hat das gelernt von seiner Mama, ohne dass er überhaupt eine Bezieh hatte und heils gewiss hat, dass er gerettet ist, hat er so viele Stunden mit Gott verbracht. Er hat so viele Stunden mit Gott verbracht und hat schon anfangen zu predigen. ging nach auf Amerika und hat Rückschläge erlitten und schlimme Sachen. Er hat die Herrenhuter erkennt. Sie kennen Herrenhuter Brüder, die die Tageslosungen Das ist auch eine Hammer-Geschichte. Zeitlang haben wir eine Biografie von ihnen verkauft. Ich war so fängst, dass ich über 50 bestellt habe. Ich glaube, wir haben immer etwa 20 wenn noch eine wollen. Graf Zinzendorf Hammer. Und als er von Amerika zurückgegangen ist, ist er mit den Herrenhutern wieder in Kontakt gekommen. Schon auf der Heifahrt hat er sie gesehen. Es gab einen Herrenhuter Brüder sind ganz entspannt und haben Gott angebeten und sich überhaupt nicht draus bringen lassen. Das interessierte John richtig interessiert. Aber er war stolz zu sie fragen. Aber nach einem halben Jahr Amerika Georgia wo nichts mehr geklappt hat er das Herz und sie gefragt. Was ist euer Geheimnis? Auch er fand es die lebendige Beziehung zu Gott. Es ist so egal was du heute Morgen mitbringst dich selber schön oder nicht schön ob du dich klug oder nicht klug find du kannst gut reden oder nicht gut reden ob ein klein oder gross alt oder jung egal welche nation egal Gott hat einen Plan für dein Leben und er kann ihn dann ausführen wenn du in die Beziehung mit dem König einsteigst Amen und darum ist das wichtigste was wir unsere Disciple lehren und wir das ist der erste und wichtigste Punkt und die wichtigste Frage lautet die wichtigste Frage lautet wenn wo und wie lang triffst du den König das möchte ich heute ein näher eingehen auch von mir ein bisschen erzählen aber ich möchte eine Frage an dich stellen wir wissen seit Pascal bei uns preached hat dass es Babys gibt und dass es was gibt Youngsters und was gibt es noch es gibt Fathers ich gebe zu die einen haben das vorher schon gelesen im ersten johannesbrief aber ich finde Pascal hat uns das wirklich ins Herz gelegt und wir haben das aufgenommen auch bei unserem Lehrkonzept und beim Baby ist es so Definition wir haben hier den Mentor und hier das Baby und beim Baby ist es so dass der Mentor macht er macht und das Baby schaut wie es der Mentor macht das wäre auf die persönliche Zeit runtergebrochen du kannst natürlich nicht dein Mentor neben haben morgen früh und so weiter aber der Baby wäre einer der versteht das ist wichtig weiss eigentlich auch wie das geht aber er macht es eigentlich er will es mehr machen wenn jemand daneben stehen er kopiert und macht es oder macht es nicht aber das ist Baby oder er kopiert er plappert nah und ist herzig alles drum und dran der youngster der youngster der youngster der ist umgekehrt der macht das und der mentor schaut aber auch der mentor kann nicht dabei sein oder richtig auch beim youngster nicht aber der youngster erlebt etwas mit Gott regelmässig er erzählt das und das ist passiert und der fangt an zu erzählen der geht ins umfeld und das ist unglaublich ich habe den könig getroffen und schau was hat er gesagt ich habe im wort gottes gelesen und schau wie hat es getüpft der hat immer ein wort auf den lippen versta dem lebt die zeit das ist nicht mal an mal an mal an mal mal auf und ich weiss ich sollte aber eigentlich und so weiter oder gesendet unterscheid und was ist dann der vader was macht dann der vader ja der vader macht und der jünger schaut oder auch da wiederum gleiche situation kann nicht immer dabei sein aber ein vater ist einer wo andere menschen in die persönliche zeit mit gott an leitet und dort ist nicht mehr die Frage wer es macht oder nicht er ist auch nicht overexcited wenn er mal gottes stimme gehört oder sonst irgendeinen prophetischen eindruck hat das ist alles ganz normal es ist in der beziehung wie jesus in der ruhe in der kraft aber der vater hat die möglichkeit andere menschen anzuleiten und daher wenn wir über das lernkonzept redet geht es nicht nur darum dass du ab zu persönliche zeit mit dem könig hast und das ein kampf ist aber du findest das eigentlich richtig es geht auch nicht nur um das dass du voll im saft bist aber da noch wollen wir zum youngster wo kaum warten bis er morgen aufstehen schon abend freut auf den morgen und sagt wow ich habe gott treffen und wenn es mal verbockt und vergisst und macht und tut dann kommt und sagt wie kann ich spurt wieder ein steht wieder auf geht weiter wir brauchen vater und mütter amen vater und mütter wo da durch gegangen sind wo die kämpfe kennen wo die ups and downs kennen wo die besiegt haben wo das vater dastehen wo konstant sind im wort konstant im gottes stimmen gehören und fehl kennt haben andere jünger anzuleiten amen glory wer will vater sein wer will mutter sein leut genau dort gehen wir und und das braucht der lieb christ amen also und die sache fängt an mit der wichtigsten frage wenn wo und wie lang triffst du den könig das ist eine frage wo man uns sagt das stellt wo ich dir stelle wenn wo wie lang triffst du den könig und ich empfehle dass du immer in deinem umfeld deinen freunden stellst die du gerne hast und ich möchte mal ein bisschen auf die frage eingehen mal ein bisschen mehr zeit verbringen erstens mal wann triffst du den könig warum ist das überhaupt wichtig kann man nicht einfach sagen ja ich bin immer online bin immer mit gott verbunden habt ihr sicher auch schon gehört oder ich muss mir jetzt nicht so extra froh meine Zeit rausnehmen weil ich bin so heilig ich merke schon was rausläuft nein es ist eben wichtig weil es ist eine beziehung und du musst verstehen dass du den könig triffst du triffst den könig den ort wo du aus erwählst zu dem komme ich nachher das ist ein thronsaal das ist absolut spektakulär und debbie hat es so gut gesagt hey Gott ist so grossartig weil wenn ich den könig trifft dann bin ich sicher jemand von euch macht es auch aber ich will den ganzen jesus für mich und du willst auch den ganzen jesus für dich und es ist kein problem weil gott ist gott es ist möglich aber es ist wichtig dass du definiert wenn du den könig triffst und zu der ganzen frage zum noch mal eins zurück ist mega wichtig dass du dem jünger die frage stellst weil die frage kann er nur wenn beantworten wenn kann er nur die frage beantworten was ist die bedingung dass er die frage beantworten und warum kann er sie vielleicht nicht beantworten er kann sie nur beantworten wenn er Gottes Stimme gehört und das ganze Mentoring zielt an das werdet auch sehen bei den Blumen der Dankbarkeit und allem drum und dran es geht darum das sind die Söhne Gottes die vom Heiligen Geist geleitet sind und wenn du Tochter und Sohn bist dann ist es dir möglich vom Vater im Himmel zu empfangen wenn wo wie lang dass er dich treffen und dann sieht die Sache schon anders aus als du musst stille Zeit machen wo sich fast jede Minute abreisst zum mit dem König zusammen sein und froh ist weil sie so ein inneres Bedürfnis ist und darum ist es wichtig dass du für dich eine Zeit abmach wo du mit Gott ausgemacht hast und das können auch mehrere Zeiten am Tag sein das kann eine lange Zeit sein oder eine kürzere Zeit sein es ist nicht so wichtig wichtig ist dass du weisst wenn du ihn triffst und welche Zeit das kann aber auch so sein dass dein Tagesplan unterschiedlich aussieht manchmal musst du irgendwie um 5 Uhr oder manchmal erst um 10 Uhr du kannst dir auch sagen dass du dich so und so viele Minuten bevor du das Haus mit dem König triffst oder immer gerade wenn du aufstehst oder vor dem morgen oder vor dem duschen oder was auch immer aber wichtig ist dass du weisst wenn du den König triffst dann die nächste Frage ist wo triffst du den König und die Frage ist mega wichtig das wir zuerst gar nicht so denken weil Gott ist ja überall wo du bist aber die Erfahrung hat einfach gezeigt dass wenn du den König immer zur gleichen Zeit am gleichen Ort triffst ist es wie mit dem Open Sky wenn in einer Stadt ein Open Sky installiert ist oder in einem Dorf oder jetzt bei uns auf dem Elfetia Platz merkt man es einfach für mich dramatisch sind wir hatten mal Open Sky Tag irgendwo in Düberdorf und dann es heisst jetzt machen wir einen Open Sky also wir haben es geplant und haben aber nicht genau gewusst wo laufen und ich habe schon von weit gesehen wo der Platz ist und es hat mehrere Plätze wo die überhaupt anbetten und wenn ich auf Bernd Bundesplatz gange dann sehe ich bettet die hast wo du hinkommst wo du niederknäugelst Tag für Tag und dem König begegnest dann bist du von Anfang an in der Glory Bubble und bist mit ihm connected das ist extrem stark und das ist so eine Youngster Fadersach oder der Youngster fängt es plötzlich an merken ich bin etwa 21 ich bin in Lausanne und ich habe nichts gewusst vom Heiligen Geist absolut gar nichts ich bin in einer Kirche zum Glebe wo man das eigentlich verteufelt hat Hände aufheben hat es nicht gegeben und so aber das hat den Heiligen Geist nicht gehindert weil was ich gewusst habe ist ich muss am Morgen früh aufstehen sehr sehr früh weil ich auch früh arbeiten und ich bin am Morgen aufgestanden und ich bin an Bündchen gesessen und ich anfange die Bibel zu lesen und ich weiss nicht wie lange habe ich es gemacht 4 Stunden 20 Minuten nichts verrücktes ich habe nicht gebetet oder so ich habe einfach nur eine Bibel lesen ist wichtig aber was dann passiert ist hat wirklich mein Leben verändert ich bin immer an dem Bild geshockt zur gleichen Zeit mit meinem kleinen Lämpchen einer hat noch geschlafen im Kajütenbett und mit der Zeit habe ich eine Erfahrung gemacht ich habe die Bibel gelesen und gelesen und irgendwann macht es durch meinen ganzen Körper durch und es ist immer regelmässiger geworden und mit der Zeit war jeden Morgen und ich nur noch darauf gewartet Keine Ahnung was das ist aber BANG das hat mich richtig gut fühlen lassen und ich bin wach gewesen und dann habe ich das mal an eine Kollegin erzählt die in einer Pfingst Gemeinde war ich in einem christlichen Wohnheim habe ich gelebt so als meine erste Etappe von Zürich weg und dann sagt Hansjörg das darfst nicht stoppen das ist der Heilige Geist wow hat mich also der Heilige Geist stüpft jeden Morgen und Leute es ist bis heute so jeden Morgen stüpft mich der Heilige Geist David spricht von der Burg Psalm 18 Psalm 18 ist ein absolut gewaltiger Psalm haben wir sogar tiefer angeschaut im Rahmen Davids Lebensgeschichte und dort heisst folgendes Vers 3 Der Herr ist mein Fels meine Burg mein Retter Gott ist mein Fels in dem ich mich berge mein Schild und das Horn meines Heils meine sichere Festung wir haben das an der NOP angeschaut ich habe plötzlich das Wort bekommen und habe angefangen darüber zu reden und habe über meine persönliche Zeit mit Gott gesprochen und gefragt was ist deine Burg wie erlebst du deine Burg mit Gott und jemand hat gesagt und das habe ich ganz stark gefunden und gesagt zuerst ist mir wichtig eine Burg wird bauen und das stimmt und deine Burg mit Gott deine sichere Festung den Ort wo du Gott täglich triffst wenn das irgendwie möglich ist die wird bauen die wird bauen indem du kommst in dem dass du arbeitest in dem dass du liebst in dem dass du red in dem dass du empfang in dem dass die engel sich dazug gesellen ich bin nie allein in einer persönlichen zeit mit gott das hat engel wo dabei sind das ist lebendig also das das ist spürbar das ist ich bin natürlich alleine oder aber wenn mal jemand dabei ist merkt das es ist extrem kraftvoll es ist etwas was ich nie aufgeben oder verspielen weil es ist meine burg es ist meine burg wo ich als sohn zu meinem vater komme und zwar jeden tag und ihn suchen in seiner gegenwart stehen und von ihm ausgerüstet wird und das ist mein persönlicher zögnis für dich um dich zu gewinnen und zu sagen Leute lass uns hier überwachsen lass uns hier überwachsen lass uns Menschen sein die feste Ort haben die feste Burg weil wenn du sie hast und wenn du sie am morgen hast oder am abend ich habe es jetzt am morgen dann hast du sie den ganzen Tag und du machst einen kleinen Schritt und hast irgende Sorgen Problem schwierige Situation und du hast die Möglichkeit jeder Zeit zurück in deine Burg gehen weil sie ist vorbereitet und sie ist geheizt von morgen Amen es ist der Hammer dann wie lange triffst du den König auch das ist mega wichtig es geht nicht darum dass man irgendeinen Rekord aufstellt oder so ich treffe momentan den König werden staunen 30 minuten mega wenig mega wenig ich habe Zeit gehabt und sie haben sich über jahre hinzuhigen ich zwei stunden genommen und das war auch der Hammer war aber irgendwann hat mich auf Gesundheit geschlagen weil ich vergessen früher ins Bett zu gehen ich bin einfach immer früh aufgestanden und auch mein ganzen Beruf und alles mein Alltag lädt das gar nicht zu habe ich das auf eine halbe stunde runter fräst und mega kurz aber es reicht es reicht es reicht weil ich eine burg bauen und ich kann wahrscheinlich die burg schon früher bauen dass ich momentan mit einer halbe stunde richtig auskosten und mich wundern wenn der könig sagt du ich will dich mehr sehen wieder was ich dafür auch mache ist so extensive auslagerungen zum bspw. am schabbat oder wo man einfach länger zeit hat zum im wort gottes lesen oder so und für mich ist es auch was ich nicht zu der persönlichen zeit mit gott zählen aber für mich ein vorteil ich gehe oft mit dem auto also mit einer halben stunde bin ich da am minimum besonders wenn es um das wort gottes geht dort ist knäbe aber ich sage es lang und leute 20 minuten lang und wenn neu anfangen eine viertel stunde lang aber nimm davor notfalls stelle den wecker und reserviere die zeit nur für den könig und du wirst gesehen es wird etwas gewaltiges wachsen also wenn die frage geklärt ist wann wo wie lang triffst du den könig und bei mir ist die frage so geklärt ich treffe den könig unterschiedlich in der zeit bevor ich aus dem haus gehe ich treffe ihn in meinem büro knüend auf dem sofa also neben sofa ist immer gleich ort und ich treffe ihn wie ich schon gesagt habe die halbe stunde meine frage an dich ist wie sieht es bei dir aus und wenn die frage geklärt ist dann kommt die nächste frage nämlich was erwartet du von der zeit mit dem könig und die will jetzt eigentlich allgemein rasch beantworten könnt einfach mal rufen was ihr erwartet von eurer zeit mit dem könig was erwartest du von dieser zeit mit dem könig kennenlernen offenbarung erziehung ermutigung und erziehung sage ich die gleiche linie trost ja sehe ich auch in dem bereich hinein wie ein auftrag ja tun ich da bei offenbarung hinein offenbarung kann im wort sein aber es kann eben auch auf den tag bezogen sein dass offenbarung hast dann an die person weisheit ja denke ich ja das ist ausrüstung für den tag weisheit ja ein liebes fluss das ist wirklich die beziehung da mache ich da mache das herz von herz zu herz also sachen wie wort gottes lesen stimme gottes gehören das ist meistens auch was die leute sagen ist das bei euch auch wort gottes schreibe auch noch auf wort gottes wort gottes und was eben viel kommt aber das ist jetzt da eigentlich auch schon erwähnt ist in die jetzt muss ich das baby flicken die grössten haben immer am meisten mühe ist doch so wort gottes und natürlich was haben wir noch stimme gottes gehören das kommt eigentlich regelmässig vor wer will stimme gottes gehören persönlich ziemlich gott alle oder genau und ja irgendwie irgendwie bewegt sich genau in dem in der kategorie und jetzt ist natürlich die frage für uns als jüngermacher für dich einerseits wo du willst in die zeit einsteigen oder manchmal ein strugglish oder vielleicht bist auch schon youngster father und hast leute wo du anleiten dass sie die persönliche zeit mit gott kommen und jetzt ist es natürlich nötig dass du ein einfaches kleines reproduzierbares lehrkonzepte hast wie du menschen die persönliche zeit mit gott führst und ich möchte euch das ganz kurz vorstellen über über blicks mässig wir werden im neuen jahr tiefer in die einzelnen teile hinein aber lass uns ganz kurz anschauen und es ist ganz einfach grundlage für deine zeit mit dem könig das erste ist dass du in gegenwart oh der ist wirklich hat noch mehr power es geht schon das ist eine Wulche und die Wulche steht für Gegenwart Gottes das ist der erste Punkt wie auch immer du in Gegenwart Gottes reinkommst die einen nehmen abends die anderen singen das lied die dritte tanzen die vier sind still schrieben im tagebuch betet an wichtig ist dass du in die Gegenwart von gott reinkommst das zweite dass du am könig danke sagst dankbarkeit danke vielmal für die stift und das symbolisiert die wunderschöne blumen blumen der dankbar dankbarkeit ein super super tool wo nicht so zu verstehen ist dass es dich in liste versklavt was du jetzt danke sagen und was nicht sondern blumen ist etwas wachst etwas lebendiges etwas wo nur funktionieren wenn es vom heiligen geist inspiriert ist und mehr darüber dann im neuen jahr ein hammer tool blumen der dankbarkeit dann gibt es einen weiteren teil und den symbolisiere ich jetzt mit dem buch das ist nämlich das wort gottes studieren und da gibt es auch hammer möglichkeiten wie du innerhalb von relativ kurzer zeit ein riesen wort gottes schatz kannst anlegen da kommt das auswendig lernen dazu einerseits situative lesen dass du weisst wie kannst du jetzt das wort direkt in deine situation rein lesen problem am arbeitsplatz wo gehst lesen natürlich im geschlechtsregister in der chronik oder nein logischerweise nicht schau nachher mal in 1. petrus oder so schauen was dort gesagt wird wo es um das leiden geht und da kommen auch alle andere sachen wie die torah portion die tages verse alles das was für dich bewert ist die bibel aufschlagen machen auch die einen sehr gern gehört alles da rein situativen bibel lesen oder was hat der her jetzt aber dann gibt es auch fortlaufende das man auch wieder in der situation richtigen wort hat das ist wort gottes lesen und dann fehlt eigentlich nur noch etwas und das ist dann eigentlich das number four oh habe ich da ich wollte stereo fahren das war total überforderung aber jetzt kommt das gebet und hier mache ich einfach zwei Hände oder von den seiten oder von der seite und wenn die vier elemente in deiner persönlichen zeit mit gott vorkommen und gefüllt sind dann hast du eine super grundlage zum den tag zu flitzen und das ist das was wir unseren disciples lernen und auch helfen dass sie jeden einzelnen punkt wirklich erleben und gefüllt ist und wenn dann jemand ich sage es immer gern noch auf den balkon garten worship dance machen oder das abend mal feiern oder sonst irgendeine crazy proklamation abladen oder weiss ich was alles ist alles gut aber sage jetzt einfach mal die vier grundlagen die vermitteln und haben hammer resultat immer mehr leute kommen in eine tiefe beziehung mit gott dinge mega Wenn er die Augen aufmacht. Bei mir ist es wirklich auch so. Wenn ich den König treffe, habe ich von ihm noch nicht viel geredet. Vielleicht Heu und wie geht's oder so. Aber ich bin eigentlich relativ sparsam mit Wort. Und gehe dann, auch vor dem Essen, ich esse ja gar nichts. Ich kann jetzt nicht sagen, vor dem Wasch, ich wasche mich auch nicht. Aber ich gehe so schnell wie möglich in meine Burg hinein. Und dann atmet mein Geist durch. Ich mache es zum Beispiel gerne mit Musik. Ist auch für mich genial. Ich höre eigentlich immer das gleiche Lied. Manchmal monatelang. Weil das trägt für mich auch dazu bei, dass einfach die Burg schon steht. Und wenn nur die ersten zwei Töne kommen, von dem Anbetungslied, bin ich täglich schon da. Der Heilige Geist ist da. Wir sind wie wenn wir nie ertrennt gewesen wären, immer zusammen. Und ich atme durch und ich rufe, Aber Vater, ich bete in die Zunge. Ich bete an. Und Gott gibt mir meistens schon ersten Impulse für den Tag. Indem er mir irgendwelche Sachen in Erinnerung ruft. Ich möchte nachher ein Zeugnis erzählen, das mich sehr berührt hat von der letzten Woche. Und mit dieser Gegenwartsalbung gehe ich dann in die Dankbarkeit hinein. Und Dankbarkeit schlage ich immer. Ich knühle ja, ich bin auf dem Sofa. Also die Bibel ist auf dem Sofa, ich auf dem Boden. Ich klappe hier meine Blumen auf. Von der Dankbarkeit. Ich habe hier verschiedene. Ich habe hier so wichtige Notizen. Genau. Viel ist es nicht. Aber für mich sehr hilfreich. Und die Blume, die ist auch etwas, was wächst. Die ist jetzt vom August noch. Nach der Sommerferien habe ich sie gestartet. Und wahrscheinlich gibt es jetzt dann möglicherweise schon wieder eine neue. Und mit dieser Blume gehe ich dann in die Dankbarkeit hinein. Und da erzähle ich, wie gesagt, im neuen Jahr dann etwas darüber. Mega stark. Ich habe gerade jetzt wieder ein Zeugnis von jemandem gehört. Die zweite Hand, also das ist ein Jünger von einem Jünger, der angefangen hat, jeden Tag am Morgen, wie man das auch lernt, zuerst Danke sagen für den Tag der eigenen Geburt. Und dieser Person ist dann irgendwie klar geworden, was das eigentlich bedeutet, dass sie geboren ist und dass sie noch lebt. Und so kann man Gott wirklich ehren. Und so starte ich auch meine Dankbarkeit. Ich sage, Vater, danke für den Tag meiner Geburt. Ist immer der gleiche Satz von Herzen gemeint. Dann gehe ich ins Wort Gottes hinein. Meistens viel zu kurz, viel zu kurz. Da habe ich mein Böckchen mit meiner Stift und Lise. Ich bin noch einmal dran, was aktuell ist. Ich gehe hinein und... Hammer! Liebes einfach! Und dann gehe ich ins Gebet hinein. Und ich kippe mein Gebet meistens, das oft schon vorzuziehen mit den Blumen der Dankbarkeit. Weil sich das mega gut eignet. Und so gehe ich nachher frisch fröhlich in den Tag hinaus und bin connected. Mit dem König. Halleluja! Und so ein wenig als Dessert möchte ich dir die Vision einfach noch einmal ans Herz legen. Und ich bin sicher, viele von euch haben das erlebt und erleben das aktuell. Gott will dich in seine Pläne einweihen. Ich sage jetzt das nicht hier gross und das soll auch nicht überheblich klingen, aber mich überrascht eigentlich praktisch nichts. Und die, die mit mir zusammen sind, nahe sind, die wissen das. Weil mich der Herr informiert. Gott, der Herr, tut nichts ohne, dass er seine Geheimnisse seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart hat. Entweder komme ich ein Wort über durch jemand anderes. Ich komme es vom Vater direkt über. Oder es ist das Reden Gottes aus mir heraus. Oder? Es gibt das Reden von Gott, wo du merkst, das kommt von aussen an dich her. Sozusagen vom Himmel, oder? Und es gibt auch das Reden Gottes, das schon in dir drin ist. Weil Jesus lebt ja in dir. Und es gibt das Reden Gottes durch das Wort Gottes und durch Geschwister und so weiter. Aber du als Kind Gottes, der connected ist, mit dem König unterwegs, du bist informiert, was in deinem Leben abgeht. Amen. Ist das nicht der Hammer? Bei den Königen gab es ja die Situation, dass der Feind von Israel so verzweifelt war, weil er auf 15'000 Wege angegriffen hat und der König wusste immer, woher kommt, weil er einen Prophet hatte. Und das ist nicht etwas Spezielles, Leute. Das ist Alltag für Kinder Gottes. Weil das ist die Definition von einem Sohn und einer Tochter. Nämlich, dass er eben connected ist mit dem Vater, oder? Und darum lohnt es sich auch, in das einzusteigen. Und wenn du jetzt eben denkst, oh, das ist bei mir noch nicht so. Ich will dir einfach die Vision geben. Und ich sage jetzt einfach eine Geschichte, das hat mich so berührt. Ähm... Weil das ist vor zwei oder drei Wochen ist das erste Mal da in einen Mann eingelaufen. Der ist jetzt heute da. Ich nenne jetzt nicht mit Namen oder so. Und das ist eine Hammer Geschichte dahinter, weil ich kenne seinen Bruder. Und sein Bruder ist auch da. Ähm... Und... Er hat mir erzählt... Also er ist ein bisschen Freelancer, der Bruder, muss ich jetzt offen sagen. Er ist mal da, mal nicht da. Aber im Herz sind wir mega verbunden. Und heute ist er da. Und äh... Das erste Mal, als er kam, hat den Gott übernatürlich da hingeführt. Er musste aus dem Tram raussteigen und dann links und dann rechts und dann dort. Das ist deine Kirche. Hä? Oh wow! Das ist ja die Church! Also der ist irgendwie crazy. Also im positiven Sinn. Einfach mit Gott unterwegs, oder? Und er hat mir von Anfang an erzählt, er hatte noch einen Bruder und so. Und äh... Es sei leider noch nicht zum Glauben gekommen, es sei nicht mehr so gut gelaufen. Haben sich die ein bisschen aus den Augen verloren. Und jetzt ist der Bruder da gewesen. Vor drei Wochen. Und er war so berührt gewesen, vor allem drum und dran, dass er echte, tiefe Schritte eingeleitet hat in seinem Leben. Und der absolut Hammer sind. Und letzten Sonntag hat er uns ins Backoffice geschrieben. Und letzten Sonntag durfte ich ein kleines Gespräch mit ihm. Viertelstündchen zusammengehekelt. Und er hat mir das Herz teilt. Und wir haben über Taufi und über Gott und über seine Erlebnisse und alles geredet. Und äh... Es war Hammer gewesen. Und ich konnte für ihn beten. Mit Autorität und Kraft. Und äh... Bin nach Hause gegangen. Und super. Und dann am Morgen, am anderen Morgen, in der Zeit der Gegenwart, sagt mir der König, aber aus mir raus. Darum mache ich eben den Unterschied, oder? Aus mir raus, sagt er. Hansjörg. Du hättest tolles Übergabegebet mit dem beten. Und jetzt die, die schon länger da waren, wollen schon das Lachen. Ihr wisst genau, dass ich kein Übergabegebet spreche. Das mache ich schon seit Jahren nicht mehr. Ähm... Obwohl ich so zum Glauben gekommen bin. Aber eben... Ja, eben habe ich gehört. Ich sage ja, Gott ist grösser. Weisst du, warum sie den Bauplan verachten? Er greift dann schon ein, wenn es sein muss. Und das ist eben der Beweis. Ja, das ist der Beweis. Und das ist auch eine Antwort für alle, die meinen, wir gehen nach Schema FVOR. Wir können das immer wieder erklären. Wir gehen nicht nach Schema FVOR. Aber wir nehmen den Bauplan Gottes als Grundlage. Und wissen, dass er Gott ist. Und sind eben connected. Und daher... Können eben so Sachen passieren. Also gut. Der Vater sagt mir... Nein, nicht der Vater. Jesus da drin sagt, du hättest eigentlich ein Übergabegebet sprechen. Und ich denke so an und denke, das stimmt. Das hätte ich wirklich machen müssen. Genau bei dem hätte ich es jetzt machen müssen. Oder? Ich hätte... Den kann ich mir jetzt nicht gleich taufen und alles. Aber ich hätte ihm solle ein Übergabegebet vorsprechen. Und dann bin ich ein bisschen beschwert. Bin ich ein bisschen traurig. Dass ich das verpasst habe. Und nicht irgendwie... Gott hat es mir sicher gesagt. Habe nicht gehört. Oder... Ich glaube ich habe es sogar noch ein bisschen ignoriert. Oder so. Und dann... Ähm... Geht es weiter und so. Und dann... Klage ich das eben am Vater eben. Dass ich jetzt dummerweise das Übergabegebet nicht gesprochen hätte. Oder? Und dann sagt der Vater... Und jetzt kommt es eben von oben. Sagt der Vater. Ich habe es ihm schon gesagt. Was sagt er mir? Ich habe es ihm schon gesagt. Und ich habe gesagt, das ist der Hammer. Danke vielmal. Mega Freude kam. Der Vater hat sich schon kümmert. Um was der Sohn verpasst hat. Oder? Und das war am Montagmorgen. Und dann bin ich gleich zu Mittag gegessen. Mit einem good friend. Und dann komme ich das WhatsApp rüber und schaue es dir an später. Und dann sehe ich das. Und die Person hat das in der Nacht gemacht. Oh wow. Vor dem Montagmorgen. Weil Jessica das Beispiel gebracht hat mit einem weissen Blatt Papier. Der hat gesagt. Schau, ich habe ein weisses Papier bekommen. Und es ist mir gesagt worden, ich soll dir unterschreiben. Gott schreibt es nachher innen. Und der hat also. Der hat also. Der hat also. Jesus. Ich übergebe dir mein Leben. Lenke und führe es im Namen des Vaters. Halleluja. Hat das geschrieben. Das sieht man jetzt unten nicht. Das Datum an. Und seine Unterschrift. Und das ist so schön gewesen für mich. Einfach zu wissen. Der Vater ist da. Er ist da. Und das ist jetzt ein Beispiel. Das ist jetzt ein aktuelles Beispiel. Ich erzähle jetzt nicht unbedingt aus seiner persönlichen Zeit alles. Aber das erzähle ich euch. Um Gott alle Ehre zu geben. Und euch ermutigen. Ermutigen. Dass ihr diese Zeit. Einfädelt. Und lernt. Lernt beim Vater zu sein. Es ist nicht einfach still zu halten. Ich bin oft rausgerannt. In meinen Zeiten. Oft habe ich das Feuer nicht erträgt. Er war da. Ich bin gegangen. Aber über die Jahre habe ich es wirklich durchgezogen. 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 Und es ist mein absolutes Fundament geworden von meinem Leben. Halleluja.